Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Multiplayer Gameplay, diesmal auf Crackit. Ja, dann fangen wir gleich einfach mal an. Ja, dann fangen wir mal an. Und da haben wir schon zwei Kills aufeinander. So, jetzt fehlt mir nur noch einer für Vorrede. Schnell mal die Stellung wechseln. Okay, das war jetzt sehr schlecht, eine Vorrede. Damit habe ich jetzt in meinen Stats sechs Kills, einen tot. Dahinter campen die meistens immer. Und ganz oft da drüben. Und da haben wir tatsächlich mit Kameras. Schnell. Schnell. Das ist jetzt bin ich noch komplett erster. Das wird sich wahrscheinlich auch noch ändern im Laufe des Spiels. Und da haben wir den, der mich ausgeschaltet hat. Ob wir einen killen können, dann wird nö. Das wird nix. Aber hier, den können wir killen. Für ein Geschütz. Weil das ist ja mal... Lohn... Okay. Schlecht. Wie ohne ist das denn? Das finde ich sehr schlimm. Den verstecken wir uns mal hier. Sieht uns eh keiner. Weil hier eh keiner irgendwie guckt. Dann premiere einfach mal lang. Gut. Da. Da war er. Ohnt. Gut. Schlecht. Noch bin ich immer noch erster. Mit zehn Abschüssen in den vier Druben. Den gehen wir jetzt auch mal um. Okay, das war jetzt auch nicht gerade so toll. Spionageflugzeug erstmal abgezogen. Spionageflugzeug, Spionageflugzeug, Spionageflugzeug in der Luft. Spionageflugzeug, Spionageflugzeug, Spionageflugzeug. Spionageflugzeug, Spionageflugzeug, Spionageflugzeug. Spionageflugzeug, Spionageflugzeug, Spionageflugzeug. Spionageflugzeug, 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 Spionageflugzeug. Okay, ich bin immer noch erster. Hier müsste eigentlich einer sein, da, Camper, Ownit, Ownit Nummer 1. Oder Nummer 2. Feindliche Vorrede. Dann werden wir auch wieder einmal das Spielzimmer aktivieren. Mir fehlt jetzt noch einer für Abschlüsse. Und den krieg ich hier noch. Okay, dann wird er noch zwei Jahre noch gefehlt. Dann rollt es nur ein. Ich will gleich mal die Stellung wechseln, weil der scheiß Hediger nicht kennt. Der Kerbenweiler da fliegt. Schlecht, 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 schlecht. Ich muss unbedingt, auf jeden Fall, muss ich jetzt den fünften Abschluss kriegen. Aber ich hasse diese... Jetzt bin ich wieder abster. Mit elf Toten, achtzehn Abschüssen. Den hab ich gesehen. Schlecht. War der da drin? Das war dann mein nächstes Team-Dev-Match auf Crackit. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn möglich, schreibt einen Kommentar. Ich würd mich echt sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Weil ich mache jetzt viel mehr Gameplays von Call of Duty Black Ops. Dass auch die, die das Spiel noch nicht haben, aus welchen Gründen auch immer, ich hab's nochmal einen kleinen Einblick machen können. Und ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt Kommentare, bewertet es bitte. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer X-Gamer 032X.